Schatz, wie heißen denn die Gebäude, die geschützt werden müssen? Denk mal. Ja, mache ich ja, aber ich komme nicht drauf. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie denn für ein Problem? Ich glaube, ich bin ein Hund. Dann legen Sie sich doch bitte mal auf die Couch hier. Nein, das darf ich nicht. Nennen Sie mir einen Wochentag mit G und Sie gewinnen die neue CD von Michael Wendler. Mittwoch. Guten Tag, was ist denn passiert? Ich habe sie angehalten, weil ihr Auspuff hinten runterhängt. Das macht 30 Euro. Das ist ja super. In der Werkstatt haben Sie gesagt, das kostet 120. Juhl. Guck mal, das sind unsere neuen Nachbarn. Ist das nicht süß? Jeden Morgen, wenn er wegfährt, dann küsst und umarmt er seine Freundin. Warum machst du das nicht mal? Ich kenne die Frau doch gar nicht. Die USA hätten viel weniger Coronavirus-Fälle, wenn man aufhören würde zu testen. Cool. Wenn ich mich nicht mehr auf die Waage stelle, muss ich nicht mehr auf den Hometrainer. Schatzi, in der letzten Zeit fühle ich mich irgendwie dick und hässlich. Ich brauche dringend mal wieder ein Kompliment. Du hast eine tolle Beobachtungsgabe. Du, weißt du, was hier steht? Nein, was denn? 1774 hat Joseph Prisley den Sauerstoff entdeckt. Echt? Das ist ja ein Hammer. Was haben die denn vorher geatmet? Juhl. Ist Ihnen gegangen, dass Ihr Mann gerade unter den Tisch gerutscht ist? Äh, sorry, aber das kann gar nicht sein. Mein Mann ist doch gerade zur Tür reingekommen. Äh, Juhl. 100 Rosen bitte. Mein Gott, was haben Sie denn angestellt? Und nur der Mond hat uns gesehen.